Das ist ja eigentlich keine Werbung. Ja. Ich habe hier mal super FPS. Wow. Das sieht man eben gar nicht. Das lag nicht und das läuft auch nicht langsam. Wahrscheinlich hat wieder Flapps ein bisschen Probleme beim berechnen. Keine Ahnung. Ja, wie ich gemerkt habe, ist das Mikrofon voll schlecht geworden. Ich habe jetzt das Headset richtig weit weg vom Mund, aber es bläst immer noch in den Mund. Vielleicht blase ich ja viel zu viel mit der Nase. Also ich atme ja durch die Nase, aber irgendwie höre ich die ganze Zeit mich schnaufen und so. Und wenn man laut steht, hat man nach so ein kleines Summen. Ist... Ist bisschen blöd. Aber es wird bald wieder ein Nase geben. Das ist gut. Oh, ich habe wieder Albe 800.000. Gut. Kannst du mir kurz dein File Anhänger helfen, please. Besser nicht. Da muss ich nur noch einen in den Wasser anhängen, oder? Wo ist der? Wo ist der? Der müsste eigentlich dort beim... Wo ist der? Welche Stadt haben wir noch nicht? Mundzug nie haben wir noch nicht. Dann ist der die Nähe von... Wahrscheinlich oben beim eisigen Plateau. Hm. Irgendwo. Ah, dort ist ja der Altar, also der Große. Aber wo könnte der Wasser... Ich habe ihn gefunden, das weiss ich. Aber wo... Jetzt bin ich gerade ein bisschen baff. Ok, dankeschön. Ja. Oh. Was ist denn mit dem Warn passiert? In den Stein rennen, fast. Ok. Das geht sehr gut voran. Das hoffe ich nur, dass ich da noch nicht bin. Dann habe ich dann noch genüge Formen bekommen. Aber ich kann ja auch wieder Geld ausgeben für Regenung. Das ist kein Problem. Und dann kommt ja noch der Livestream und so. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Bock zu leveln. Das ist kein Gestein. Ja. 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 Geh weg. Also das Spiel macht schon wieder sehr viel Spaß. Bald ist ja das... Die war auch so nicht greifbar. Es sind relativ viele, die noch nicht level 60 sind. Aber ja. Ob wir Chancen bald haben, wird sich dann sein. Also wo ist der Wasser, Alter? Ist er hier? Wahrscheinlich irgendwo hier. Schade, dass es nicht angezeigt wird. Also hier ist der Wind. Also hier ist der Wind. Der Erd Alter. Hier ist der Wind Alter. Ähm. Bei der Mauerhof Wo ist dann der... Was ist der Altmann? Aber ich weiß wahrscheinlich auch nicht Am Dufe Gungang Ah, stimmt Ähm, da Da Genau, der ist da Okay Da haben wir ihn Wahrscheinlich dann wieder den Mondzug nehmen, hoffentlich Nicht irgendwie den Birg Okay, der Weg ist eigentlich relativ gering Ja, schauen wir mal Das war noch gut Im letzten Moment haben wir den grünen Kristall geholt Von den Sürzen Das Eferras Pest gehört uns Hm Oh, schon fast 2400 eh Ich denke, das ist relativ schnell Ich war ja fast 2 Level bei 2100 Gut Und jetzt plötzlich so schnell Okay Und nur noch 10 Level, dann bin ich so weit wie die anderen Die sind ja mit der Schriftrolle hochgepusht Hm, der Schatten Das ist irgendwie komisch Das ist irgendwie komisch Das ist irgendwie komisch Und ich weiß Ich weiß nicht was Und ich weiß nicht Ich weiß nicht Ja, wenn wir nur schauen Ja, wenn wir nur schauen Schaffst du es? Für keinen Mahner. Macht auch relativ wenig scharf. Wieso müssen die so stark sein? Ich versteh es nicht. Schaffst du sie? Wieso müssen die Mahner bekommen? Schaffst du sie? Es ist ja extrem langsam. Nein, ich will nicht die Spinne angreifen. Sterb ich noch, oder was? Nein. Okay, sie hat wieder den Heilungs-Zeus. Ich kann leider wegen dem Mana nicht zu viel Schaden machen. Aber jetzt habe ich den Mana bekommen. Dankeschön. So. Das ist alles. Baff. Ja. Dankeschön. Ja. Ich muss ein bisschen tanzen. Ja. Ja. Sexy Lady. Cool ist das. Ja. So. Perforsi, ich esse. Hier. Wie ist die andere. Seit schon. Ja. Und Il-Fara auch. Gut. So. Ein paar neue Freunde. Kennen wir. In den Chatten sind wir und so. Ist doch immer schön. Nun müssen wir wieder nach Hobstadt. Immer wieder hin und her. Hin und her. Jetzt gehen wir mal unten durch. Und lass mich in Ruhe, blöder Ding da. Wie heißt der? Alles. Ähm, kommen dann nochmals solche Quests. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Sollte das die Spiele motiviert zusammen zu sein oder was? Das wird auch so nicht sein. Freuen wir uns nicht so. Na ja. Quests. Die. Schwere. Was. Ne. Haben. Was. Was. Ich weiß. Die. Die. Rahung. Ist. Patätig. Es war. So, kommt mir wenigstens ein bisschen nicht vor, weil ich nicht gerade viel bekomme für diese Dreiquests. So, jetzt müssen wir noch kurz, also, ich muss kurz Pause, bis gleich. Here we go.